Meine liebe Tochter sollte Wäsche waschen, aber es hat fast zu Katastrophe gewandelt. Hätte ich mich nicht reingemischt. Stopp! Stopp! Ich habe vergessen, sie zu sagen, dass meine Sachen aus Wohle sind. Und die werden mit Pulver nicht gewaschen. Dann habe ich sie aufgeklärt, dass man auf die Kette achten muss, weil ich möchte keine Puppenkleidung zu Hause haben. Sortieren wir die Kleidung am besten noch genau und trennen weiß, helle Farben, dunkle Farben und schwarz, damit die Kleidung ihre Farbe behält. Es sei denn, du magst graue T-Shirt. Obwohl ich keine Ahnung habe, aber ich habe gehört, das Waschmittel für den Hauptwaschgang kommt immer in das linke Fach. Egal was gewaschen wird, in das mittlere Fach kommt Weichspüle. Hartnäckige Flecken wählen wir Waschgang mit Vorwäsche. Besonders empfindliche Kleidung sollte kalt gewaschen werden. Das meiste kann bei 30 bis 40 Grad gewaschen werden. Und Bettwäsche, Unterwäsche und Handtüche bei 60 Grad. Wegen Keimen, Milben und Bakterien. Mit ganz viel Freude wirkt meine Tochter, alle Wäsche, waschen, ganzer Haus zu übernehmen, ja.